Hallo ihr Affen, hier geht's weiter. BAM! Was machen wir jetzt eigentlich an... äh... Dingens? Wir stehen jetzt hier ungefähr zwei Stunden an... äh, herum und schauen uns an. Ja? Wer ist dabei? Ich! Yay! Was? Lass mir das nächste Fragment machen, die Quest. L. Obwohl das ist... Wo es den Kroms Canyon... Kroms Canyon... Aber da haben wir sowieso noch die meisten Quests offen, deswegen... Ja, die können wir auch mal machen. Wo sind denn unsere Autos... Ich hatte hier noch ein Auto stehen. Warum denn jetzt? Moment. Boah, wir müssen so viele Banditen töten, ne? Das... Das ist nicht mehr feierlich. The Bandit is a Spy. Ich will das machen. Munitionslager. Munitionslager zerstören. Cry. In... Dingens, ne? Frost, Commons, West oder wieder. Nee. Ich weiß nicht. Ah, bang, du dreckigen... Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Nee, ich komm nicht hier hoch. Ah ja, okay. Ja, ja, nö, mach wieder... Ah, okay. Ja, stimmt. Hals machen. Halt mal vorne. Cry. Finde ich nicht gut. Rust, Commons, West. Ich schließe mal ein bisschen wieder. Ach, geht weiter. Wo ist die W-Tasse? Da. Na, er verstand mich. Ach, ne, ich habe vergessen, W zu drücken. Ach, scheiße. Fuck, man. Ich habe ein falsches Auto ausgewählt. Shagos im Bett. Ach, komm, herauf damit. Was? Dein Typ hat gesagt, ich daig ein. Aber das hat nichts mit Bett zu tun. Äh, 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 aber, äh, 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 Hals, Maul, fährt zurück. Wow, was war das denn für ein Geräusch? Ich habe übrigens letztens ein Bild gefunden, wo eine überfahrene Katze auf der Straße liegt und dann neben mir stand ein Schild, Free Cat. Ich fand's lustig. Yay, tote Katze. Nein, kostenlose Katze. Moment, was? Was ist das denn hier für ein Scheißhaus? Die wollen mich töten. Ich fahr weg. Ich auch. Ich fahr weg. Ich auch. PAM. Fängt ja wieder gut an. Das sah aber cool aus. Wir waren fast synchron und so. Ja. Ich habe gerade mal nur der Ingen mir. Aua. Ich habe noch nicht mal... Aua, nuts. Ei, ha, steig aus, steig aus, meine Freunde, steig aus. Aua. Das tat weh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin bad. Oh Gott. Oh Gott. Töte sie! Achso, soll die töten? Nein. Lass mich in Ruhe. Mein Auto ist im Rügen kaputt, ne? Ja, meins ist ja auch kaputt. Alter, ich habe den... das Schild runtergezogen... Okay, ich komme. ...und sein volles Leben... ...mit einem Schuss aus meiner Sniper. Ich komme echt gerade nicht mehr klar hier mit dem Spiel. Ach, du liegst hier. Okay. Ja. Ich habe einfach den Typen gekillt, den ich fast gekillt hätte. Mit einem Schuss. Oh Gott. Wo? Ah ja, klar. Klar, warum nicht? Nein. Ist okay. Jetzt wollte ich den auch töten. Jetzt habe ich viel Schaden gemacht. Mama. Das wollte ich doch gar nicht. Wow, da brennt es. Ach, das müssen wir machen. Ah. Wow. Wir müssen diese Kisten wieder griffen. Guck mal, hier ist ein Rastkiste. Oh. Der ist tot. Wow. Oh. Was? Weiß, ich schieße auf eine Munitionskiste und auf einmal steht der Typ hier vor meiner Flinte. Hier ist ein SMG. Ne, das ist kein SMG, oder? Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Ist das eine SMG? Das ist eine SMG. Du hast eine Sniper. Ja, lass mich... Ja, maaah. Sniper? SMG. Sniper ist mal übel schlecht und die SMG ist... Die ist nett. Ach da. Das war mir cool. Oh, mal auf dem Dach stehen noch welche. Hier stehen überall doch... Zeug da rum. Wow. Oh, hier ist ein Schild. Hier ist ein schlechter Schild. Ach, das ist ein Schild. Ein schlechter Schild, ja. Und der 149, also da braucht man gar nicht mehr. Voll, ey. Ich meine, ich gucke gerade noch mal in den Tag. Was haben wir eigentlich für... Was habe ich eigentlich für Zeug drin? Och, eine Sniper mit 307 Schaden. Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. Mir fällt gerade wieder auf, wie... Scheiße... Mein Hirn dran ist. So, jetzt weiß ich, warum ich mich nicht aufnehmen wollte. Du hast vorgeschlagen, ne? Ich weiß, aber vorher habe ich mir gesagt, heute nehme ich mich mal nicht auf. Weil mir Kopf... So denken und so, aber ich muss ja nicht unbedingt dafür denken. Aber okay. Ui, Granaten. Einfach zocken, reden. Ja, meine ich ja. Ja? Ja. Hier oben sind noch Munitionskisten. Ich ignoriere mal den Gegner. Ja, ich kann ihn leider nicht ignorieren. Das finde ich traurig. Aber okay. Ich mache den einfach damit kaputt. Wow. Ich habe die Kiste gemessert. Oh Gott. Just for the record. Ich bin mal weg. Hier. Wo ich schon sterbe. Quers ist übrigens fertig, ne? Was? Ist fertig? Ja, ich habe die letzten beiden kaputt gemacht. Kann man mir aufhören nicht sagen, ne? Jetzt laufe ich ins Lager von irgendwelchen Banditen. Toll gemacht. Ja, wenn du falsch läufst, ne? Da habe ich... Ich laufe nicht falsch. Ich laufe irgendwo hin. Nein, nur nicht. Wir waren hier... Halt, stopp! Hier waren die Kisten, ne? Warum nicht? Warum nicht falsch gelaufen? Nein, ich laufe nicht falsch. Ich wollte nur fliehen. Und zu anderen Kisten laufen. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin irgendwo und versuche hier wieder auf die Straße zu kommen. Verdammt. Oh Gott. Wir sind übrigens... Ja, ich werde vorhin auch von Rax angegriffen. Hier sind diese komischen Spinnen oder auch was weiß ich für Viecher. Hast du mein Auto in die... Ach nee, das ist hier kaputt. Ja, das ist kaputt gegangen. Ich zerstelle deine Autos für nicht. Stirb, 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 lasst mich in Ruhe. Stirb, 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 nein, 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 ich hänge fest. Ah! Ich bringe ein paar Gesellen übrigens mit. Ja, ich brauche eine Form von Rax und so. Ja, ich auch. Aber ich hole die mit einer Schrotflinde vom Himmel. Ist ja logisch. Wie viel Schuss hatten die eigentlich pro Schuss? Also wie viele Partikel fliegen in der Luft rum? Also das... Keine Ahnung. Da kann es noch zählen. Die Einschussflächer. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der ist scheiße. Der sieht aus wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie heißen die Viecher noch? Äh, Leguan. So. Fühlt sich scheiße aus, hast du gehört? Aber, aber seine Haut, die, äh, Flügelhaut sieht irgendwie aus wie, ähm, ach. Ich hätte auch nicht sagen sollen, komm, lass mal aufnehmen, weil mir fällt gar nichts mehr ein. Oh, guck mal, äh, 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 ach ja, Blume, so heiß ist es. Aha! So fühle ich mich gerade. Ne. Was ist jetzt los? Wow, ich stecke irgendwo, ich stecke mich bei dir auch irgendwo drin. Jetzt nicht mehr, egal. Worum ging's? Irgendwie ist die Textur hier voll verwaschen. Was für ein Tag haben wir weiter? Was sind wir gerade? Achso, wir gehen die machen. Ja, will mal eine andere Quest da und... Ich will töten. Hehe, ich war schneller. Ja, wir müssen jetzt in eine andere... Wir können das hier machen in Roscommon's West. Middle of Nowhere. Wir müssen noch den einen Typen da killen. Oder wir können das hier machen. Oder das hier. Oder das hier. Das ist beides, das ist alles in derselben Richtung. Ja, Cramps Canyon ist das. Alles. Toll, da kommen wir gerade her. Mag sein. Das Ziel ist irgendwo dahinten. Wo sind wir? Achso. Ich hol mir ein Auto. Ja, wäre besser. Okay. Wo waren denn nochmal die Autos? Irgendwo. Ja, wahnsinnig. Hier hinten ist sie. Ich denke mal, heute nehmen wir aber auch nicht so lange auf, dass... Ja, dann... Joa... Gut... Ne, wir nehmen einfach direkt das ganze Spiel auf, denke ich. Ja, normal. Wir spielen. Bis morgen um 8 Uhr irgendwie durch oder so. Ja, dann... Dann hat das auch nicht mehr. Ja, machst du was anderes? Kannst du aufnehmen? Ja. Nee, eigentlich nicht. Da hast du auch wieder recht. Ich bin ja eine Videoproduktionsmaschine. Ja, ich eigentlich schon und das hat... Na, ach. Ja, du machst gerade so viele Videos, wie du merkst. Diese Masse an Videos, die du hochdehst, das ist echt... Komm ich auch mit meinen drei Videos am Tag auch nicht in der. Mhm. Ja. Ich bin auch übelst motiviert gerade. Also... Ja. Das ist gerade voll meine Zeit. Ich auch. Worum ging's? Video zu hochladen. Ja. Das hatte ich letztens im H4 auch wieder gehabt. Ich sag... Ich rede irgendwas über Matratzen. Über meine Matratzen. Was? Dass ich irgendwie Rückenschmerzen hab. Und sag, dass die voll... Ich... Auf jeden Fall rede ich irgendwie über die. Und dann hab ich irgendwie ein komplettes Blackout gehabt und hab vergessen, über was ich geredet hab. Ich weiß gar nicht, wohin lang ich fahren muss. Ja, hier lang, wo ich bin. Ich weiß, aber ich fahr trotzdem irgendwo anders lang. Oh, explodierende Fächer. Äh, Fächer? Oh, auch die Fächer explodieren. Süße Fächer. Boah, das wäre mal eine geniale Idee für einen Ninja. Ein explodierender Fächer. Jetzt mal ehrlich. Ich. Okay, gut zu wissen. Alles wird gut. Waaah! Ups. Ja, genau. Äh, beginn mal die Reise. Ich, äh... Nur zu deinem Besten. Ja. Ich fahr grad in der Lücke fest mit meinem Auto. Und... Röde Geschichte, aber... Ja, ich hoffe, wir haben unsere Autos jetzt noch. Nein, nein. Vielleicht. Ja, ich hab's. Huck. Ich hab's auch. Gut. Ach, wir sind wieder hier. Oder war... Oder waren wir hier schon mal? Waren wir hier hinten? Nee, nein. Äh, Rust Commons East. Was machst du? Ich hab mich grad auf etwas anderes konzentriert, weil du mich ablenken musstest. Und dann hab ich nicht mehr so... Ich bleib einfach stehen und du fährst in mich rein. Toll gemacht. Weil ich über etwas nachgedacht hab, du Arsch. Ey. War ich nicht. War ich auch nicht. Verschaff mir keine FPS-Lags. Junge. Lass. Oh. Was zum... Willst du... Willst du Hilfe? Ich geb dir keine Hilfe. Ja. Okay, ich komme. Abgeschlossene Herausforderungen abgeschlossen. Wey. Das ist kein Flugsimulator. Im Fl... Was für Herausforderungen schließe ich gerade ab. Oh, ich kann es drehen. Hilft nicht viel, ne? Doch, ich drehe es um den Kaxdus rum. Ja, lass es auf mich fallen. Ich will, dass du stirbst. Höher! Ach, Mist. Wir schießen da auf uns. Irgend so ein Bandit. Kannst du ja mal töten. Autsch. Verdammt. Fall endlich runter, du. Kannst du einsteigen? Jetzt musst du noch drehen. Siehste, hab ich gut hingekriegt, ne? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hinten lang irgendwo. Aber irgendwie waren wir da. In ein komplett neues... Noch ein anderes Gebiet. Okay. Ja, du bist hier hingefahren, nicht? Ja, ist doch richtig. Fahrer. Hä? Was? Geh dann. Ist das schon so auf... Äh... Gefunden. Aufgabe erfüllt. WTF? Hä? Ach so, Ars. Erkläre er sich. Ach so. Umdrehen. Hä? Nein. Wir gehen doch jetzt Reaver töten. Aber wir haben den gefunden. Na und? Reaver töten. Wir haben... Okay. Gut. Ich geh jetzt Reaver töten. Ja, ist ja gut. Wow. Ach so, du bist das. Nein, ich bin das gar nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay, bevor ich da runterfahre... Karte. Nee, wir müssen... Uuuh. Ich bin im Graben gelandet. Wie kommen wir da rüber? Du musst gar nicht runter rüber. Du musst runter. Konntest du doch eigentlich hier... ...den Weg runterfahren? Der hier war? Ja, genau. Äh, wir brauchen dich als Sniper, mein Freund. Warum das? Weil da wieder so, äh... ...Leute mit Geschütztürmen sind. Weil ich dich bis jetzt auch so gut getroffen hab, ne? Halt's Maul, mach's einfach. Okay. Ich seh keine Geschütztürme. Ja, die sind weiter hier. Hier sind die. Ja, woher weißt du das dann? LPs? Und mir sagen, ne? Wegen Magica? Ja, aber da hab ich auch nur ganz kurz reingeschaut. Ja. Ja. Krass, den hab ich getroffen. Krass, den hab ich getroffen. Ich, ich will... Warte, warte, warte. Krass, den hab ich getroffen. Warte, warte, warte. Ich will, ich will. Nein. Sein Schilddreck. Ha. Weißt du, dann kannst du das auch selber machen. Ja, ich kann auch Snipern. Mit nem Raketenwerfer. Jetzt schieß drauf, Idiot. Sonst stirbst du, ne? Nicht. Oh, er will auf mich schießen. Ah, ich hab ihn getötet. Halt's mal. Ah, schon. Und das. Verdammt, ich heil dich ja. Jetzt hab ich nur Gutes getan. Ich wollte ja ein Gespöses tun. Mist. Ich bin halt Epic, ne? Doch, keiner ist bloß auf mich. Ja, nein. Doch. Er öffnet, nein. Fehlt irgendwie jemand zum Töten. Ach, da ist ja jemand. Betty, wo... Ah, sie weilen mich hier. Also, mach hier mal. Ihr könnt mich mal. Oh, ich sterbe. Im Übrigen, reinrennen wäre nicht so klug. Ich hab's auch bemerkt. Ach, hier ist aber... Oh, Scharfschützen. Ah. Aua. Boah, so kann ich nicht. Da ist übrigens noch eine Gatling, ne? Ja, ich weiß. Sei nice. Weißt du, vorne hinten treff ich, aber aus dieser Distanz... Nein, warum denn auch? Ich sterbe. Ich sehe das Licht. Oh, den hab ich. Ey, ich hab den grad mit einem Schuss getötet. Ach, du Kack, wo bin ich denn hier? Achso. Ich auch schon. Ey, Schachteshow. Von wo? Von da. Hier ist so ein Miniatur... Ach, leck mich. Mini, mini. Mini, mini. Ich messer den einfach. Ja! Du bist im Übrigen tot. Was war das denn? Der Tod. Was ist denn hier bitte explodiert? Der Tod. Komm mal schneller. Ich komm doch schon an, Schätzchen. Meckert man schon wieder. Es ist ein Dunkler. Ich muss sagen, dass du auf dich zugehst. Bestimmt. Ich knall mir mal ein paar Medikits rein. Okay, dein... Ich weiß, Gretel, dann ist die schon kaputt. Ja, ich hab den mit einem Schuss getötet. Oh ja, na, sag mir das. Ich hab das doch gesagt. Halt's Maul! Okay. Ich rede nicht mit dir. Vielen Dank.